Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute versuche ich möglichst lange in dieser Alien Horror Raytracing Map zu überlegen. Das ist das praktische an meiner Nvidia Grafikkarte. Dadurch kann ich Raytracing und DLSS 3 glaube ich benutzen. Aber jetzt sollte ich auch endlich spielen können. Meine Tonqualität, sorry, die ist halt noch nicht gut. Aber ich kaufe mir demnächst ein neues Mikro. Dann sollte auch die Tonqualität gehen. Und ich glaube, ich muss doch noch mal das Mikro umstellen, sonst hört man mich gar nicht. Es kann sein, dass ich manchmal abgehackt bin, sonst hätte man halt hier in die ganze Zeit ein Rauschen. Deswegen habe ich jetzt mal lieber abgehackt als Rauschen. Okay, wie komme ich denn jetzt weiter? Ah, hier kann man in den Schacht rein. Sehr schön. War auch sehr cooler Schacht. Okay, das sieht krass aus. Mist, da muss ich wohl rein. Ah, das war erst die Intro-Sequenz. Ein bisschen von mir habe ich auch gespielt, letztes Mal schon. Gut, ich gehe einfach mal hier rein. Rotes Licht ist bestimmt super. Gut, ich gehe einfach mal hier rein. Rotes Licht ist bestimmt super. Okay, hier ist schon mal nichts. Hier ist schon mal nichts. Tut leid. Bis man das gerade nicht gehört hat. Okay, das ist schon echt cool. Okay. Okay. Ähm... Ja... Da muss ich nur außen rum. Ähm, ja, in welche Richtung muss ich jetzt? Ähm, ja, in welche Richtung muss ich jetzt? Ich glaube nach hier. Ne, andere Richtung, oder? Keine Ahnung. Oh, hier sind so viele Gänge. Ich habe gar keine Ahnung, wo es lang geht. Ne, nach da geht's. Übrigens, ich brauche auch eine Balcums-Map. Demnächst kommt da auch noch ein Video zu, wenn ich mal wieder Balcums mache. Äh? Wo soll ich denn hin? Ah, hier ist eine ID-Card. Aber ich kann sie nicht aufsammeln, Arroch. Gut. Probier's zu öffnen. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Hier? Ne. Einfach mal immer gucken. Wie irgendwas ist. Kann man damit vielleicht die Vents aufmachen? Ne. Warne. Ah, hi. Ich spiele gerade eine Map, die man unschwer erkennen kann. Ah, der Profitenswert. Vielleicht kann man hier rein? Ne, auch nicht. Yoon. Wie immer. Ich mache es nach R.'" Das bringt mir jetzt auch nichts. Kann ich vielleicht wenigstens den Game-Mode wechseln? Nee, kann ich nicht. Ich habe beide Richtungen ausprobiert. Hier war ich auch schon tausend mal drin. Es ist nicht wie man da noch weiterkommt. Hier schon mal nicht. Vielleicht kann ich die ganz am Anfang benutzen. Obwohl, nee, die Tür hier ist ja auch kaputt. Was soll zu der Map? Ich finde aber jetzt trotzdem nicht, wo es hier weitergehen soll. Jetzt bin ich hier draußen. Ah, hier hinten vielleicht? Oh, endlich gefunden. Kannst du gleich auf den Server? Ich würde dem sonst auch noch mal joinen, also wenn du kannst, wenn nicht, mache ich hier noch weiter mit dieser Welt. Ziel insass? Nee. Das ist eine Horror-Map, ja. Ich glaube von irgendeinem Film, ich habe es ja nicht genau durchgelesen, also eine Horror-Adventure-Map. Ich gucke jetzt hier noch mal ein bisschen, ob ich weiterkomme, dann komme ich gleich auch. Oh, was ist denn das hier? Hier ist zu, okay. Ah, hier geht es weiter. Uff. Endlich. Oh, jetzt ist es dunkel. Perfekt. Ah, hier ist jetzt anscheinend was. Oh, da ist ein Monster. Ich bin mal weg. Zu mit der Tür. Okay, das Monster ist weg. Oh, oh. Es ist noch da, es ist noch da, es ist noch da. Oh, die sind ja überall, diese kleinen Mistviecher. Ich glaube, ich bin gleich tot. Raus hier. Ja, okay. Schade. Ich mache da noch mal was, was anders glaube ich. Weiter ist auf jeden Fall eine ganz nette Map. Alien Encounter heißt sie. So, das war's mit dem Video. Wenn ihr noch einen zweiten Teil haben möchtet, in dem ich dann noch mal versuche zu überleben. Ich mache wahrscheinlich noch einen zweiten Teil, aber sagen wir, ab sieben Likes kommt hundertprozentig der zweite Teil. Ja. 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 Ja.